Ein vermeintliches Alien-Bauwerk mitten in der Wüste in den USA, von dem niemand weiß, woher es kommt. Kann 2020 noch verrückter werden? In diesem Video erfahrt ihr alles darüber, also bleibt dran, abonniert sehr gerne meinen Channel und lasst doch ein Like und einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus da. Herzlich willkommen, Leute! Eigentlich wollte eine Behörde in dem US-Bundesstaat Utah nur die Schafe in einem abgelegenen Wüstengebiet zählen, um dann eben die Anzahl der Schafe in das staatliche Schafregister oder so einzutragen. Aber statt Schafen haben sie dann dieses mysteriöse Bauwerk gefunden. Als sie das Foto dann veröffentlicht haben, spielte das Internet verrückt. Denn einige von euch erinnert das Objekt sicherlich auch an den Monolithen aus dem berühmten Film 2001 Odyssee im Weltraum, den Stanley Kubrick im Jahre 1968 gedreht hat. Dort befindet sich ein solcher Monolith auch in einer Wüste auf der Erde und scheint irgendwie einen außerirdischen Ursprung zu haben, beeinflusst jedenfalls die Evolution von uns Menschen. Die Ähnlichkeit zwischen den Monolithen aus Utah und den Monolithen aus Odyssee im Weltraum ist ja tatsächlich verblüffend, aber immer der Reihe nach, was meint man eigentlich mit Monolith? Ein Monolith ist eigentlich ein Gesteinsblock, der genau aus demselben Gestein besteht, also nur aus einer Gesteinssorte. Das kommt auf natürliche Art und Weise in der Natur vor oder auch vom Menschen handgemacht. Eine der berühmtesten Monolithen-Formationen, die man kennt, ist das Stonehenge in Großbritannien, eine Kultstätte, die in der Steinzeit gebaut wurde für über 4000 Jahre. Heutzutage bringen aber viele das Wort Monolith sofort mit Außerirdischen in Verbindung, weil sie eben den Film Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick gesehen haben. Und deswegen denken jetzt eben viele, okay, Monolith gleich Alien-Objekt, was auf der Erde zurückgelassen wurde. Und auch beim Stonehenge gibt es zum Beispiel diese verrückten Theorien, dass das Stonehenge von Aliens gebaut wurde. Genauso wie es diese Theorien ja auch von den Pyramiden in Ägypten gibt, dass die eben nicht von den Altägyptern gebaut wurden, sondern von Aliens. Ist natürlich Unfug, wenn ihr mich fragt. Aber bei diesen Monolithen in Utah, da ist es jetzt jedenfalls wirklich mysteriös, denn kein Mensch weiß, wie der dahin kommt. Utah ist ohnehin ein sehr dünn besiedelter Staat der USA. Und dieser Monolith wurde auch noch in einem abgelegenen Wüstengebiet gefunden. Also richtig mysteriös, eigentlich schon fast ein Fall für Akte X. Die Behörde wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert und hat nur mit einem Augenzwinkern gesagt, das Abstellen von Objekten in diesem Naturreservat ist verboten, egal von welchem Planeten sie kommen. Die Behörde weigert sich jedenfalls, den genauen Standort herauszugeben, weil sie befürchtet, dass sich dann ganz viele Touristen auf den Weg machen würden, um den Monolithen zu besichtigen. Und da dieser Teil von Utah tatsächlich sehr abgelegen ist, ist eine Tour dahin gefährlich. Wenn man nicht genügend Proviant mitnimmt, da kann man sich da durchaus verlaufen und verdursten. Aber wie das eben so ist, hat ein Mensch im Online-Forum Reddit einen Subreddit aufgemacht, in dem er dazu aufgefordert hat, die genaue Position des Monolithen ausfindig zu machen. Und innerhalb von einem Tag hat die Reddit-Community es irgendwie geschafft, herauszufinden, wo das Ding ist. Und wie ihr seht, dieser Instagram-Nutzer hier, der hat den Monolithen dann gefunden und sofort ein Foto von sich und diesem Objekt hochgeladen. Wenn es also so ist, wie in dem Film 2001, Odyssee im Weltraum, dann wurde dadurch, dass einige Menschen diese Monolithen berührt haben, jetzt vielleicht eine neue Stufe der Evolution eingeläutet. Man weiß es nicht genau. Aber Spaß beiseite, woher dieser Monolith wirklich kommt, weiß man zwar nicht, doch, dass es Aliens waren, ist doch sehr unwahrscheinlich. Denn der Zufall ist einfach zu groß, dass dieser Monolith genauso aussieht, wie in dem Film von Stanley Kubrick. Ich glaube eher, dass es sich hier um eine Art Kunstaktion handelt, von einem Künstler, der eben die Szene aus dem Film nachstellen wollte und vielleicht genau diese Verwirrung stiften wollte, die jetzt entstanden ist. Aber es gibt im Internet noch viel mehr Theorien. Einige Leute behaupten schon, dieser Monolith ist der Reset-Knopf für das verkorkste Jahr 2020. Das heißt, wenn wir da draufdrücken, dann geht das Jahr vielleicht nochmal von Neuem los. Schreibt mir mal eure Theorien in die Kommentare. Woher kommt dieser mysteriöse Monolith, Aliens, Zeitreisende oder einfach nur eine Kunstaktion oder was ganz anderes? Schreibt mir eure Theorien. Unter den lustigsten werde ich auch kommentieren und fleißig Herzchen verteilen. Denn apropos Aliens, Forscher glauben nun, dass es bis zu 36 Alienspezies alleine in der Milchstraße geben könnte. Dann wären wir also ganz und gar nicht alleine im Weltraum. Um alles darüber zu erfahren, klickt auf das angezeigte Video und klickt auch mal auf den Shoppen-Button. Bald ist ja Weihnachten und in meinem Online-Shop kriegt ihr richtig nerdige Sachen wie Plüsch-Plutos oder eins meiner Weltraumbücher. Die perfekten Nerd-Weihnachtsgeschenke und mit jedem Kauf unterstützt ihr mich natürlich. Vielen Dank Leute und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!